Willkommen zu den Tutorials der Sonafone Datasuite Software. In diesem Video möchte ich erklären, wie die Software gestartet wird. Die Sonafone Datasuite Software ist eine Web-Anwendung. Dies bedeutet, dass ein virtueller Server gestartet werden muss, um die Software im Browser anzuzeigen. Um den virtuellen Server zu starten, klicken Sie auf die Programmdatei Start Server. Wenn der virtuelle Server erfolgreich gestartet ist, erscheint in der Taskleiste Ihres Bildschirms ein Taskleistensymbol. Nach einem Rechtsklick auf das Symbol wird Ihnen die Option Start Datasuite angeboten. Hierüber öffnen Sie die Software. Der Anmeldebildschirm wird im Browser angezeigt und Sie können Ihre Anmeldedaten eingeben. Hier noch ein Praxistipp. Doppelklicken Sie einfach auf das Taskleistensymbol, um die Software im Browser zu öffnen. Probierer früh das System ausprobieren. Probierer früh. Da gibt es die neue Anmeldung. Doppelklicken Sie einfach auf das Wasser im Browser.